Hallo, wir sind K.I.Z. und das sind die Fragen, die eure Leser uns stellen. Das ist ein Strobo! Das sind halt Clown-Rappers, die kann man ja auch nicht ernst nehmen. Die Fragen nicht ernst sind, deswegen. Das war jetzt ein Schlag in mein Gesicht. Das Problem ist halt, man kriegt viele Fragen oft wiederholt gestellt und es ist dann auch irgendwie oft langweilig. Also, ein Interview ist doch besser unterhaltsam. Wir sind auch komplett dumm, wir können auch nicht anderes antworten. Redet von sich immer in der Majestätsform. Das hat nichts mit mir zu tun, ich bin übrigens intelligent. Ich lasse es nur nicht, egal. Ne, stimmt. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Alles gesagt. Ja, da ist Großes geplant. Da kommt viel auf euch zu. Die Turntape-Rolls aus Schweden werden wieder auf Tour gehen. Die werden durchdrehen. Die machen bestimmt noch ein Mixtape oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Ich frag die mal. Dann sag ich nochmal Bescheid. Das können wir leider nicht. Du hast mir vielleicht aufgefallen, dass gleichzeitig sehr viel... Du musst nur Fragen stellen werden. Das wird in Zeitgeist 3 beantwortet. Du weißt, wer hinter allem steckt, oder? Die sind an allem schuld. Füllen sie auf, bitte. Die sind unser Unglück. Was war die Frage? Keine Ahnung. Damals waren wir halt noch jung, hot, fresh. Jetzt sind wir alt, dumm, verbraucht. Also wir wollen ja jetzt mal bei der Wahrheit bleiben. Wir haben einen Vertrag bei Universal unterschrieben und haben unseren Arsch verkauft. Und seitdem läuft's. Aus dem Arsch. Deswegen sind wir auf MTV. Ach so, gibt's ja gar nicht mehr. Ich hab ja gar keinen Fernseher. Wie so Bücher. Ja. Verstehe ich das richtig? Sie hat keine Lust, sich die Mühe zu machen, den zu suchen und wir jetzt vorher wissen, bevor sie sich überhaupt die Mühe macht... Kennst du diese Leute, da ist eine Party und dann rufen die erstmal an. Oh, es ist auch wirklich cool. Du sagst, ja, es ist cool. Es ist auch wirklich, wirklich cool. Also 5 Minuten bin ich entfernt, also soll ich jetzt wirklich vorbeikommen? Ich hasse sie. Ich finde sie voll sympathisch, genau in meiner Wellenlänge. Okay? Das war's. Das war's. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, wie viele Leute haben bei Facebook gespielt. Hahaha. Hahaha.